Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kalbsbraten auf baskische Artikel. Der Kalbsbraten auf baskische Art, FRZ, Rotti de Vaux Basques, ist ein feines aromareiches Fleischgericht aus dem französischen Baskenland. Für 5 bis 7 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Ausgebeintes Kalbskarree etwa 1,3 kg, 3 Zwiebeln, 3 Tomaten, 500 g braune Champignons, 2 Auberginen, 200 ml trockener Weißwein, 200 ml trockener Rinder, Gemüse- oder Würfelbrühe, 3 Esslöffel Olivenöl, Bokeh Garni, 1 bis 3 Knoblauchzehen, frisch gemahlener Pfeffer, Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Schmortopf mit Deckel, Feinsieb, Küchenpapier, Schüsseln. Zubereitung Das Fleisch unter kaltem Wasser abbrausen und mit Küchenpapier trockentupfen. Die Auberginen schälen, in Würfel schneiden, in eine Schüssel geben und einsalzen, gut vermengen. Nach dieser Zeit die Würfel in einem Geschirrtuch gut auswringen. Die Tomaten küchenfertig vorbereiten und in klein würfeln. Die Champignons küchenfertig vorbereiten und vierteln. Die Zwiebeln pellen und in Scheiben schneiden. Das Öl in einem Schmortopf erhitzen, das Fleisch von allen Seiten anbraten, salzen und pfeffern. Die Zwiebeln zufügen und das Ganze 20 Minuten schmoren lassen, dabei das Umrühren nicht vergessen. Den Knoblauch pellen und fein schneiden. Das Gemüse, den Knoblauch mit dem Bukegani zugeben und mit den Flüssigkeiten ablöschen. Den Topf mit dem Deckel bedecken und gut 40 Minuten köcheln lassen. Nach dieser Zeit das Fleisch herausnehmen und die Soße abschmecken. Die Soße durch ein Feinsieb abseihen, die Soße und das Gemüse gesondert aufdienen. Als Beilagen eignen sich Barget, Pommes frites oder Kartoffelkroketten. Diese Varianten gibt es. Andere leckere Rezepte zum Thema Braten. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Ihr werft es. Vielen Dank.